Seit heute sind in Bietigheim wieder die Pferde los. Bereits am Morgen startete der fünftägige Pferdemarkt mit dem Reit- und Springturnier. 520 Pferde und mehr als 90 Reiter kämpfen bis Sonntag um Geld und Sachpreise. Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist unter anderem der große Umzug am Montag mit prämierten Pferden, Festwagen und Musikkapellen.